oh hallo habt ihr wieder zu dem video von euren hand auf uncut gefunden bevor es gleich losgeht mit pubg möchte ich einmal über die preis und update struktur von oneplus sprechen denn bei oneplus im gegensatz zu anderen herstellern ist es so dass die handys nicht so großen wertverlust haben bei anderen herstellern wenn ein handy rauskommt droppt der preis namen release sehr schnell und die leute haben dann wenn das handy veraltet ist sag ich mal und es los werden wollen lediglich noch die möglichkeit es irgendwie zu verschenken maximal bei oneplus ist anders die preisstruktur ist da sehr konstant auf der anderen seite ist es so bei updates das alte geräte auch kontinuierlich immer noch geupdatet werden aktuelles beispiel 3t vielleicht hat das jemand hat jetzt auch face unlocking bekommen ja und auch jetzt demnächst oder es hat sogar schon das neueste android betriebssystem also bei oneplus hat man langfristig spaß und wir jetzt in game ich mache das schon ja wie ist aktuell die meter so was waffen angeht dem ist er dem erst immer noch sehr stark was mit der dings hier ums vektor ja immer noch ja das brutalste nahkampf bis mittlere reichweite hast du natürlich gut du mit einem loadout bist jetzt eigentlich gut ausgestattet dass die ja geht geht so drei 500 meter sind das locker ich k ist halt schweine laut aber ja meter auf sanok ist ja so links vor rechts vor 100 meter am stein warten wir oder wo ist der mate keine ahnung auch hier vor mir hier sind noch mehr nah oder was geht geht so geht so der hat mit der vss auf mich mit single target geballert okay hier ist ja im 400k die die aus süden südwestern aus der quarry werden uns gehört haben denke ich ja oder die beschießen sich gerade mit dem anderen jut 34 teams gehört denke ich ja ich würde auch ungern jetzt hier mittig einfach durch oder könnten wir join das ist so vor vor camp irgendwas hier ist noch ein sechsfach drin ja ja neben dem die oder ich hab jetzt hoffe ich dass noch keiner gepfiffen hat doch haben sie schon okay schade hier ist ein lootrop rechts vor mir aber der raucht auch nicht mehr und ja trotzdem kann ja sein dass der übersehen wurde ich nur den mal das einiges drin ich hab mir eben das quicktower mac genommen ja spielst du die gern wen ne die nicht ich weiß nicht ich hab echt bock auf die ja mach doch aber ich weiß gar nicht was sie für equipment hat die kann nur das red dot nehmen nee vierer geht drauf ach so jaja also visier halt meine ich also du musst dich halt auf entferne musst du dich damit hinlegen ja genau hättest du mit der qbz auch machen können aber ja ich mach nur mal wie du meinst ich hab gute erfahrung mit der waffe jetzt hätte ich schon gern das dreier scope wieder aber naja ist korrekt wo wir rechts am zirkel bisschen jerken aller circle jerken ja rund um bootcamp wird halt auch viel los sein da unten steht ein auto vorm haus 335 ja ja das ist ein spawn ok hast du kurz auf der map nachgeguckt ne ja auf meinem radar ja das ist ein spawn ne ich hab erst nicht gesehen was du meintest a o tja ja 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 kein geballer mehr Richtig. Oh. Ja, das ist gut, eh? Ist das Schalldämpfer? Nee. SKS weit weg. Schau mal, das sind ja... Oh, vor uns. E. 125. Kommt jetzt die Anhöhe hoch. Oh, scheiße. Warte, warte noch. Warte noch. Ich bin noch nicht da. Bin jetzt da. Der ist jetzt 125. Oben am Stein. Läuft jetzt über die Anhöhe. Ja, gesehen. 150. Okay. Bisschen Bammel, wo sein Mate ist. Ah, kommt hinterher. Hat Hits. Läuft genau denselben Weg jetzt. Ja, sein Kuppel läuft wieder hoch. Oh, Granate. Ich muss kurz Sandi-Tasche nehmen. Einer noch. Kann sein, dass der mich rusht. Ne, wirft weiter Granaten. Ist am Baum vor mir. Ach der. Wo ist der? Irgendwo rechts war der. Der Stein? Ja. Aber der Smoket, denke ich. Das ist ein Mate. Ich nade die Smoket. Smoket, Achtung. Ich bin jetzt hinter den. Hab ihn. Schön. Boah, der hat aber einiges gefressen. Also du hast die, äh, das Taster on fire, ne? Ja, ist klar. Boah. Boah, ich nehm die K jetzt. Ja, tu das. Ja, das sind noch richtig geil für die Quick Max und, und, das Ding hier und so. Oh, das ist kind of nah, oder? Und geht. Also wir müssen halt laufen, Zone kommt. Ja. Okay. Du bist also Vector-Profi, okay, merke ich mir, ja. Ja, eigentlich der UMP. Aber wenn die Vector stark ist, nehme ich die Vector. Oh, ich hab keinen Vector-Money mehr. Scheiße, ich hab keinen Close-Combat-Waffe. Inshallah. Ja, ihr doch? Ne. M249? Ne. Ich hab die K und die Vector-Hits. Achso. Scheiße. Ja, der K und Vector ist spiel. Ja, ich hab ACP. Also ich hab keine ACP, ich hab vier Schüsse in der Vector, deswegen. Scheiße. Dann lass uns da nochmal schnell durchsaugen. Ich bin nicht drauf geachtet. Scheiße, scheiße, scheiße. Wird schon. Wir können hier die Häuser nochmal kurz... Ich rush mal immer durch. Oh, oh, oh. Ich nehme das Große. Ich nehme das Linke. Ich nehme auch alternativ irgendeine andere Waffe, SMG oder so. Äh, hm. Hier drüben wäre... Ja, ich hab nochmal 90 Schuss. Geil. Hier, muss rüberkommen. Ich kann es nicht mehr tragen. Boah, geil. Beater, Shane. Äh, das ist Jackpot. Was? Alt-Rechts-Klick, die Hälfte? Okay. Ja. Oder Alt-Drag-and-Drop. Dann kannst du Sachen eingeben. Also der hat gerade eben... Der war full live, komischerweise. Der hat richtig gefressen. Passt ein ganz Magazin rein. Obwohl der nur in der Hocke war, um sein Mate zu resten. So, Achtung von der Seite jetzt. Da kommen wahrscheinlich wieder mehr. Hier. Hab ihn. Schön. Links oben, links oben. Äh, 295 am Baum. Ich werfe den Nade. Nice. Oh, nein, 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 nein. Ja, ja. Ich dachte, das wäre er. Huh. Nope. Er hat mich gesehen. Wirft Granate. Achtung. Ich hier. Er rennt weg. Ich bin verloren. Ja, locker ein Stein. Ein großer Stein. Ja. Nee, close bei mir. Finish mit. Yo, genau. Profi-Gamer, Alter, wieder mal. Oh, hat er dich auch geholt? Uff. Ja, ja. Ja, gut. Aber war... Ist da eine gute Runde? Äh, wo wollen wir denn landen? Ja, ich stehe rechts. Okay. Unten, ja? Oder oben? Oben drauf. Okay. Und ich roll direkt ins Loch. So rum, hier ist eine Utzi. Ja. Aber ich mach's auch. Okay. Oben, unten, Mitte. Ich guck mal hoch. Hab einen. Gut. Kommst du mir? Ich bin sofort unterwegs. Hab gerade eine Hülle gefunden. Keine. Ja. Hier den Gang runter, durch, geradeaus ist einer. Oh, er kommt gleich an der Treppe gleich hoch. Er geht unter uns lang. Oder über uns. Unter. Den hol ich mir gleich. Da außen. Immer noch drin. Im rechts äußeren. Da ist er. Hast du ihn? Ja. Deinen Kill hast du gekriegt? Glaube nicht. Ne, hab ich nicht. Scheiße, wurde hochgeholt. Ja. Hast du ihn? Der ist hier oben. Ne. Was ist die Bison? Ende des Gangs. Ist Bison krass? Ja. Gut. Ich geh mal vor. Alex. Ja. Tschüss. Oh. Achtung. Ja. Er ist an der. Ich hab nichts zum Werfen. Ich hab noch mal Double Team. Okay. Alter. Okay, I try it. Ja, Double Team. Beste Taktik. Weggestammt, Alter. Gestammt. Oh, nee. Jetzt bist du. Mit FCK. Schade. Ein Kill weniger. Ich dachte, die waren geteamt. Weil da haben sich zwei an der Tür abgekämmt. Und ich hab halt einen in den Rücken geknallt. Aber anscheinend wurde er hochgeholt. Das mache ich öfter, Alter. Und wir in den Rücken geknallt. Bison ist geilo, ja? Ja. Also ist halt wie die OMP voll ausgebaut, ne? Krass. Nur mit mehr Munition. Krass, dann spiel ich die mal. Die kenn ich noch nicht. Ja. Also das ist halt ein Laser. Also wirklich. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Also das war ja... Ja. So Todessternstreit. Ja! Das ist die... Wo ist sie? Schöne Häuser da, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Wollen wir hier Batze, Alter? Äh, wat? Hier in die Batze, Alter? Batze? Putze? Badeanstalt. Batze. Ah, so. Ja? Ja, Alter. Geh mal hier nochmal einen Deutschkurs? Hä, Batze? Batze, was ist denn Batze, Alter? Eine Badeanstalt. Ja! Jetzt tu mir nicht so hochdeutsch. Bist Bayer, Alter. Geh erst. Deutschkurs. Willst du denn das geil? Ähm, ne, ich hab die Bison. Okay. Hä, die hat nur für vorne drauf was. Krass. Achso, ja, du meintest ja. Ja, geil. Hm? Ja, ich wunder mich hier. Ja, musst du nicht. Bist du gewollt? Vom Spiel. Ja, ist ja, ist ja Töfte. Ja, ist korrekt. Hier ist ein Zweierhelm. Das ist gut. Das ist gut. Oben? Unten. Im Becken. Aha. Der, der Batze. Schön, schön den Zweierhelm im Becken. Jo. Die Weitung ist da. Ja. Ich wusste, du denkst so, Alter. Ja, Alter, kennst du mich ja auch lange genug schon, Alter. Inschallah, Alter. Uff. Uff. Ich wollte ja auch nicht mehr Uff sagen. Ich will jetzt Puh sagen. Okay. Ja. Transitter, weißt du? Ja, ja. Ja, ja, ja. So, wohin gehen wir? Willem Tell? Äh, das können wir tun. Lass mich hier noch einmal kurz. Aua, aua. Äh, von draußen, vom Wald. I know. Äh, sie sehen mich nicht. Ich flank die. Okay. Ich seh die jetzt auch nicht mehr. Wir sind weitergehend im Norden, Nordwesten. Ich hab halt ein Problem. Ich kann dich nicht schützen von hier aus, ne? Ja, ich weiß, deswegen warte ich auch. Hallo. Ich seh, sie gehen aber weiter. Okay. Welche Richtung? Nach Hostok. Sind jetzt gleich am Berg. Ja. Ich hab halt nur einen fucking Ironside, ne? Ich auch. Ne, ich hab einen Holo. Oh, geil. Ja, ich seh ihn. Sind die am Berg? Vorne, da, wo ich markiert hab. Ich geh näher ran. Ja. Ich glaub, ich könnte die ganz schön ficken. Also, Entschuldigung, ne? Aber... Die suchen immer noch nach mir. Sind die am Berg oder am Baum? Achso, ich seh sie. In der Kuhle. Hinter dem Baum. Oh, die rennen jetzt den Berg hoch. Mach ich auch. Parallel. Okay. Die sind jetzt oben am Wasserturm. Einer. Der Zweite. Halt den mal da. Ich bin jetzt gleich in deren Rücken. Achtung, genau vor dir. Ich treff ihn. Ich treff ihn. Nice. Ich hab dir einen richtig Hits gegeben von hier unten. Yo. Also, gerade den Zweiten. Bra! Bra! Uzi, brr, 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 brr. Ich glaub, da mach ich das lieber so. So wär's richtig gut gewesen. Ich bin Don. Don. Don Collione. Don Collione. So. Will ich auch noch Loot? AKM! Brauchst du einen Energy? Ach, hast du ja hier. Ja. Lecker. Oh, Schluck, Schluck. Was kann ich denn vorne an die Bison dran tun? Was sind das? Schalldämpfer? Nehm mal die Uzi auf. Da ist es drauf. Und das, ja. Kompensator. Ja, sag es doch. Mein ich doch. Über Loot geblendet. Hier, bei mir ist ein bisschen ein Schweinehaufen. Ne, doch nicht. Lecker. Lecker Schweinehaufen. Ach, da geht gar nicht mehr auf AKM. In Schadler. Aber schon lange nicht mehr. Aber ging mal, oder? Ja, so vor sieben Jahren. Zehn Jahren. So, warte mal. Wo habe ich die Pomegranate gehört? Ja, ne? Aha. Aha, Schule. Puzzlehäuser? Ne, Puzzlehäuser. Ja, lass hin. Ja, lass aber über Schule. Ja, gern. Alter, ich bin richtig Sonic. Oh, wow. Okay. Oh, ne, im 16A4. Da haben wir keine Schnitte gegen, Alex. Ei. Ich habe auch eine. Ei. Ja, ja, ja. So eine Dreckswaffe. Okay. Ist halt die Mini-14 für Arme. Alter, das ist ja sogar noch hinten dran. Boah, da wird richtig geknattert. Rotes Haus, rotes Haus, rotes Haus, gehen. Die sind alle rot, Alex. Ne. Doch. Frauen. Ja gut, ey. Der hat halt eh Heck. Aha. Eierschale. Braun-Eirig. Laser. Laser. Laser, Anna. Läuft erst in Zweier. Ey, jetzt fang ich auch schon mit dem Pumps an. Ey, hör doch auf. Hör doch auf, Anna. Zweier-Weste. Oh, ja gut. Hast du Zweier abgelegt? Ja. Ne, einer. Ach so. Weil ich bin die Nummer eins. Nummer... Number one. So, wie sind die... Wo sind die Pistfletschen? Ja, halt irgendwo in der Bude, oder? Wollen wir da einfach drauf? Ja, sind rechts unten. In diesem Gebäude. Ja, hab ich gesehen. Ja, warte noch, warte noch. Ja, 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 ja. Ich geh nur hier an den Wohnwagen. Alles gut. Damit rechnen die nicht, wenn du jetzt schießt. Korrekt. Vielleicht kommen die da auch nicht raus. Hast du die rechte Seite, den Fluchtweg auf den Blick? Ja, ja, ja. Oben, erster Stopp. Ja, gut. Auf die linker Flüge. Auf die noch mal durch. Ja, entspannen wir, oder? Was? Dann entspannen wir so lang, bis die fertig sind. Ja, natürlich. Mann, der steht genau am Fenster. Super low, super, super low. Drei Hits in der Rübe. Hä? War das eine Rübe? Na, Hals vielleicht. Shit. Weil er stand einfach nur und hat gerade irgendwie Aufsätze gemacht. Aha. Ja, jetzt wissen die es halt, ne? Joa, aber das hat richtig gezimmert. Helm weg oder so, weiß ich nicht. Na, Helme halten jetzt länger. Echt? Ja. Auch Westen. Oh, er ist jetzt in der Mitte? Ja, ich gehe außenrum. Mittendrin, sagst du? Ja, der war gerade im Treppenhaus, aber ich glaube, der ist... Okay, zum Beispiel links. Das war Signalpistole, oder was? Ja. Ja. Warum? Ich gehe linksrum. Ich weiß nicht, wohin die geschossen haben und warum. Ja, jetzt kommen hier doch ein Haufen Gegner. Ja. Oder nicht? Ist ganz schön tückisch. Ja. Okay, er ist jetzt immer noch Treppenhaus. Erste Etage. Okay. Ich bin jetzt ums Haus rumgelaufen. Er ist gerade weggerannt. Kann sein, dass der Mate dich geordert hat. Ja, sie rennen. Er ist hier am vorderen Fenster. Moment. Jo. Go, rush, 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 rush. Erster Stock, rechts. Sector clear. Rein, 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 rein. Easy. Bison, Allah. Alter, wie sie da saßen, ey. Junge, habe ich die weggezimmert. Ja, geil. Da kam. Nice. Jetzt wird erstmal gespott hier. Jawohl. Das kommt da drauf. Das dahinter, das so. Hier, dieses will ich noch haben. Das brauche ich nicht mehr. Oh, Dreierweste. Hattet ihr? Habe ich ihn weggeballert. Weckgeballert, Allah. Oh, ne Spritze. Oh, 400 Schuss. Ja, gut. Brauche ich nicht. Ja, auch ne Dreierweste. Oh, wir brauchen noch nen Lootrop. Ab in die Höhe. Oh, scheiße. Das Löwen. Scheiße Waffen. Oh, ich hätte gerne ne Sniper. Nehme ich die Dreier... Was? Ja, alles gut. Nehme ich die Dreier... Oh, Speck. Oh, lol. Okay. Oh, lol. Da muss ich mal eben an den Apparat gehen. Der ist ja nebenshaus, oder? Oh, stimmt. Auf dem Dach. 53 Schuss, was ist denn das für ein Magazin? Es gibt hier keinen auf dem Dach. Ja, gut. Er kann trotzdem auf dem Dach gelandet sein. Oder nicht? Unmöglich. YOLO. Jo, ich seh hier keinen. Ja, der ist auf dem Dach. Auch auf dem Dach. Ripp mal, Alter. Ist das Don. Ja. Also, eigentlich will ich hier das Ding noch mitnehmen. Warum? Also, Bison gefällt mir gut, Alex. Gell? Das ist ein Schnuckel. So. Ja, ich weiß ja, ob ich die beschädigte Dreierweste nehme. Meine Zweierweste hat noch 157. Äh, ist es welche beschädigte Dreier? Ja, von dem einen Typen. Die andere hast du ja. Hat so. Die ist zur Hälfte kaputt oder dreiviertel kaputt. Da ist keine mehr drin. Doch. Safe. Ach, da. Wie viel hat deine noch? 157. Ja, Hälfte, Viertel. Äh. Nö. Zwei Drittel hat die noch. Ne, dann nicht. Ja, ne. Okay. Dann nicht. So. Ja. Gut, ne? Ja, kommen jetzt keine Leute. Ich dachte, hier war so krasser Superloot. Ja. Vielleicht warten die ganze Zeit auf uns welche. Aber haben die die letzten mehr, dass die auf dem Platz sind? Möglich. Wir eben auf die. Jo. Wollen wir weiter? Hier ist lame. Hier ist richtig. Let's go. Hier ist lame. Geht da für ein Assi-Skin drauf. Ich mach mal weg. Ich hab 400 Muni, ist ein bisschen übertrieben, Alter. So, wohin? Ja, Richtung Mitte. Ich hätte gesagt, das Compound hier vorne. Okay. Äh. Würde gerne durch den Wald laufen. Sicherer. No, safety first. Genau. Hauptsache, keine Räuberhotzenplatze da drin. Oh, du hast ne Car. Lego. Ja, ne? Kann ich immer selten einsetzen. Ist das ein Auto? War mir auch so. So kurz. Boah, ist das Spiel hässlich, ne? Was? Das Spiel ist so hässlich. Ja, gut. Jetzt sowieso, weil alle Schatten gleich sind und so weiter wegen dem bewölkten. Jo. Aber das ist halt das, was ich bei Ehringel meinte, ne? Das sieht einfach nicht mehr standesgemäß aus, wenn man mal die Candy gesehen hat. Ich meine, selbst Zanok sieht ja schon krass aus. Vielleicht. Ja, okay. Wir gehen doch nach rechts. Wieso? Sind die Leute? Achso, Zone. Nee, Zone und. Loot brauchen wir, glaube ich, eh nicht mehr großartig. Nö. Hm. Hm. Schöne Pfanne hast du, ey. Schön golden. Ja. Oh, hörst du? Rechts. Ja. Kommt auf uns zu. Jo. Go. Jo, sind ausgestiegen. Hinter dem Stein. Jo. Hab ihn zweimal. Hat aber ne K. Pass auf. Kommt auf uns zu. Bom. Einer. Einer geht doch raus. Ja, aber waren das beide? Ja. Okay, ich dachte, ich hätte ihn nur gefinisht. Nee, nee. Loy. Wodan! What? Wow! Was? Alter! Gut, dass der gar keinen Aim hatte. wooah. Hahaa. Alter. Ich bin maximal verwirrt. Ja, ich habe den gefinisht. Mir war so, der ist nur gekrabbelt, den ich weggemacht habe. Hm. Ja, gut. Aber, ja, ich dachte, weil zweimal was dran stand, weißt du? Ja, das, ja. Ich habe gedacht, alle, was hat der denn für ne Laserwaffe? Ich nehme das sechsfach, vierfach lege ich den. Alles gut. Ist da noch irgendwie ein Griff oder so? Ne. Sag mal, und das Vierfach... Ne, das doch Vierfach kann ich jetzt... Ne, das Dreier kann ich... Hä, wie mache ich das an die Kiles dran, dass ich zwei Scopes habe? Mit dem Kentezeit geht das nur. Also mit diesem Schrägvisier. Da hast du dann das Schrägvisier, das ist so ein Red Dot, wie auf der Pistole. Also man erkennt das, wenn man es sieht, ja. Ja, ja. Okay. Wir haben ein Auto, das ist gut. Brauchen wir noch was? Heilung bin ich fein. Smokes habe ich genug, Granaten könnte ich nur eine brauchen. Hier noch eine. Alter, was ist das für ein ultra hässlicher Skin, ey. Das ist ja scheiße wie die Nacht. So, wollen wir? Oh lol. Was denn? Willst du den Drop? Komm, go, komm her. Hast du ins Auto? Okay. Ich dachte, du zu groß. Nö. Wir können das mit dem Auto abfangen, wegfahren. Äh. Geht das noch? Ja, aber wir werden wahrscheinlich rausgeschossen von denen, die uns gerufen haben. Ach, das ist einer, der safe gerufen wurde, ja? Ja, 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 bei drei Fall schon mal. Ja, dann lass nicht ganz so nah ran. Ja, ja. Ja, rechts von uns. Ich glaube, hier an den Steinen sind die vielleicht. Egal, ich aim einfach drauf, ich hab mal acht. Okay. Oh, rechts von mir. Ja. Lass hoch auf den Hügel. Ich gerne. Oh, nicht so lange. Hier ist gar keine Deckung. Ja. Räume. Also, hören die unsere Steps. Rechts an den Hüttchen. Sind gerade runtergelaufen. Nee, stehen da raus. Ach, da! Good job. Sorry, ich wusste nicht, welches Hüttchen du meinst. Dachte, du eher links siehst du. Und am Drop sind sie jetzt auch gerade. Wo an der Hütte? Wo an der Hütte? Wo ist der Mate? Am Stand? Ich bin low, weißt du? Ah, okay. Nee, die waren am Abhang. Am Drop sind noch zwei. Ja, aber hast du die hier fertig? Hast du den gefinished? Nee, 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 nur einen. Aber die hinten sind wir offen zu. Weißt du, an dem gelben Drop? Okay, ja, aber die jetzt gleich auch. Wir sind jetzt komplett in der Zange. Jep. Lass den nach Süden durch. Nach Süd, Ost, Süden. Fuck. Am Stein sind die jetzt. Ja, wir werden von unten angeschossen. Lass die mal am Land. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ja, ja, ich will dem aus dem Weg gehen. Im besten Fall. Die am Stein habe ich einen down. Die schießen auch auf den Stein. Ja, die beschießen, also die anderen Ballen beschießen halt mich. Das ist das Problem. Achso. Ja, ich kann hier nicht weg. Ja, und ich kriege die links gerade nicht gedownt. Okay, ich versuche irgendwie zu dir zu kommen, ja. Wir haben noch 50 Sekunden. Kannst du irgendwie zu mir kommen, dass wir zum Ausfluten können oder so? Nee, ich kann hier nicht weg. Glaube ich nicht. Ich könnte smoken. Ich versuche die gerade zu umrauchen. Ich bin auf deren Flanke. Was mit den anderen beiden? Mir egal. Pass auf da. Ich bin jetzt entkommen. Ich bin weg. Die sind auch weg. Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. Ja, ich glaube, die sind oben auf die Fläche drauf. Da bin ich gerade. Da waren sie safe, wo du stehst. Da waren sie. Haben die die Biegel gemacht? Haben die nicht gemerkt, wie die mich hinten... Ja gut, die wussten nicht, wo du bist. Ich habe keinen Helm und meine Weste ist fast short. Okay. Ja, wir müssen laufen, Digga. Ja, ja. Wir haben richtig weit. Ja, das werden die gemacht haben. Die werden gesmoked haben und in die Richtung weggerannt, würde ich sagen. Was mit den anderen beiden? Hattest du die dazu... Nee, ich hatte einen gedownt, aber dann ist nichts weiter passiert. Ich will gerne zu dem Compound da. Aber die Zone kommt schon. Wir müssen zu lang. Fuck. Ja. Ja, das wird jetzt... Das wird schwierig. Ist ganz schwierig. Ja, wir waren halt... Zu lange haben wir gewartet. Ja. Ich habe halt nicht... Du hattest doch einen gedownt. Ja, ja. Ja, und dann bist du zum anderen Team gerannt. Ja, weil wir mit dem Rücken offen stehen waren. Hier ist einer vor mir. Am... Am Drop. Am Drop. Dead. Okay. Dahinter... Hinter laufen die anderen zwei. Wir laufen einfach parallel. Ja. Und hoffen, dass wir eher in der Zone sind. Ich habe nochmal... Schmiggepacks. Du musst kitten, ne? Ja. Daran denken. Oh, ich habe keine. Oh, lol. Ich laufe straight und versuche heute, dass ich es schaffe. Ich habe sieben mit dabei. Ich könnte es ganz knapp schaffen. Oh Gott, das ist so knapp. Ich bin ein Meter davor down gegangen. Bleib einfach, wo du bist. Ja. Ich stelle mich tot. Vor mir ist ein Baum, da könnte ich hinkrabbeln, aber... Ne, ne, ne. Bleib. Also, ich glaube, die aus Nord-Nord-Osten müssen uns ja gesehen haben. Ja, ja, alle. Wir werden auch gleich beim Hochheben wahrscheinlich gefickt. 125 waren zwei Gegner in einem Compound. Jetzt aber schnell. Ja. Wollen wir dann rechts zu den Bäumen? Ich gebe dir gleich. Das ist näher an der Zone. Ja, 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 ja. Warte noch. Lass mich erst mal eins nach dem anderen machen. Ja, ja. Ich wollte nur schon mal das Movement quasi. So, hier, hier, hier. Und ja, aber da rechts sind auch welche, ne? Ja, ich weiß, aber hier sind überall welche. Links vor uns und rechts sind welche. Ja, ja, ja. Ich würde mich trotzdem erstmal sehr passiv verhalten und hier gucken, inwiefern ich mich hier noch weiter boosten. Aus den, aus dem Compound. Aus dem Compound, ja. Alter, was ne Runde. Ich habe halt immer noch keinen Helm. Ja, rechts haben wir halt auch Feinde. Bist du dir sicher, dass wir rechts welche haben? Ja. Ich weiß nur, dass wir links safe welche haben und halt welche im Compound. Rechts habe ich das Geballer gehört und die sind gerannt. Die können aber zum Compound gegangen sein. Da sind nämlich welche angekommen, als ich gerade reingekrabbelt bin. Okay. Aus der Richtung. Ja. Wir können rechts zu dem Haus, das ist in der Zone, wenn wir super safe spielen wollen, erstmal. Ja, aber da sind die sowieso. Wenn, dann sind sie da drin, weißt du? Ich habe Schütze. Wenn die links offen kommen, können wir die ja wegholen, aber die werden sich auch weiter... Ah, ich habe die ganz hinten gesehen. 95 ganz hinten, auf der anderen Seite der Zone quasi. Okay. Also wir haben links... Also wir haben in der Hauptfarm welche drin, wir haben hier geradeaus welche drin, rechts haben wir jetzt gerade eine... Links haben wir keine mehr. Ach, herrlich. Ach, leck mich doch am Arsch. Alex. Okay. Links haben wir keine mehr. Ja, wir müssen jetzt auf die zu pushen. Ja. Ich werde uns einen Weg zu machen. Ich würde über links gehen. Ich würde über links circlen, glaube ich. Weil links sind die genau... Die haben genau dasselbe gemacht. Ich habe die gerade auf der anderen Seite... Langlaufend sehen. Oh shit. Ja. Das ist jetzt aus dem Compound, oder? Aua. Ja. Ah ja. Auf dem Balkon. Down. Echt, ja? Ja. Oh Gott. Oh, der Brett kassiert, alter. Jetzt könnten wir sie theoretisch pushen. Ja, ich muss einmal pushen. Oder werden wir gesandwiched. Okay. Ich habe auch nur noch 17 HP auf dem Helm. Ein Schuss ist weg. Ich habe halt 45 HP auf der Brust und Helm ist weg. Ja, der eine ist doch jetzt down hier. Lass mal da hingehen, wo ich den gerade erschossen habe. Auf dem Balkon. Okay. Okay. Ich schmeiße da eine Nate rein. Da ist doch keiner mehr drin. Hä? Der war doch nicht gefinisht. Doch. Echt? Insta-dead, ja? Ach, der war allein. Sorry, jetzt habe ich uns verraten wahrscheinlich. Ich brauche unbedingt seinen Helm. Wo ist der denn? Auf dem Balkon. Anderes Haus, oder? Nee, das hier. Der Balkon liegt ja nicht. Na doch. Wo ist denn noch ein Drop? Okay, den Rest brauche ich nicht, denke ich. Ich nehme 6 anstatt das 8 jetzt. Gott bless, ich habe wieder Equipment. Alter. Okay. Wir sind ja in der Zone, oder? Nee, nicht ganz. Dann müssen wir ein Gebäude weiter. Zubriff. Nix. Oh. Ja. Okay, sauber. Die sind Autos. Äh, Geballer. Ich sehe Leute da auf dem Hügel gegenüber. Ja, ich auch. Ich sehe die auch. Können wir drauf. Könnte ein Team sein. Äh, wir können da gerne schießen, wenn wir die sehen. Oh, wir müssen zu denen. Das ist ja nicht wahr. Das sind die beiden letzten. Oh, ja. Einer, 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 offen. Ja. Wo ist er? Der hat einen Gilly, läuft den Abhang runter. 150. Hä? Hä? Hat einen Gilly, liegt er jetzt. Hä, aber dann ist er einzeln. Der hat einen Gilly und liegt jetzt, äh, süd. Okay. Ja, wir müssen, wir müssen hier raus. Sechs Sekunden, Digga. Wir müssen raus. Ja. Der wird angeschossen. Von rechts. Sehr geil, sehr geil. Ja, die gehören nicht zusammen. Geil, die fighten close. Die fighten close aufeinander. Wir gehen einfach straight auf die Tür durch. Ja, ja, ja. Der rechte pusht ihn. Der linke hat gewonnen. Der hat einen Gilly. Der liegt 175. Hinter der anderen. Geil. Pack gemacht. Acht Kills, Alter. Drei. Ja, du hast... Ja, nice. Geil. Holy shit, Alter. Puh. Was ein Game. Geil, Mann. Alter, das... Das ist so eine richtige Paktierunde gewesen auf die Rangeln, ey. Ja, Mann. Geil. Bis zum nächsten Mal.